Hallo und Willkommen in meinem Lernvideo zum Thema Everybody, Everything und Everywhere. Wir fangen mit dem Wort Everybody an. Auf Deutsch heißt es Alle oder Jede, Jede. Zum Beispiel Sie ist sehr beliebt. Alle mögen sie. In meiner Klasse ist jeder sehr freundlich. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com auf www.sofatutor.com